Tach, Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tech-It-Sky-Block. So, ich hab jetzt Ewigkeiten rumgeguckt und ich geb's einfach auf. Ähm, man kann irgendwie die einzige Möglichkeit hier Basalt herzustellen, ist einfach mit irgendeiner, äh, äh, Thermal Pile oder so'n Shit und krassen, äh, technischen Maschinen-Bla und Gedöns, ähm, was irgendwie ein viel zu großer Umweg für mich ist und, ja, deswegen seh ich da wohl grad etwas schwarz. Ich weiß nicht, man könnte vielleicht jetzt, wo ich grad nochmal gesehen hab hier in der Liste, vielleicht nochmal probieren mit nem Philosopher's Stone, äh, äh, Marble Bricks anzuklicken, ob man die irgendwie umwandeln kann, aber man kann irgendwie echt nicht die Items noch verändern hier, weil es gibt ja so viele Sachen mit einem EMC und darunter auch Basalt, der halt hier nicht vorkommt und ich weiß nicht, wie ich das verändern kann, also, äh, ist schon irgendwie scheiße jetzt, weil so kann ich halt einfach keinen fucking Basalt bekommen. Ich hab halt hier Obsidian, toll, aber, naja, es bringt halt nichts, ähm, naja, gut, jetzt ist das nun mal so, müssen wir mit was anderem bauen, ist natürlich schade. Ähm, ist halt die Frage, ja, Stonebricks sind halt ziemlich basic, ne, normaler Stein auch. Doch, äh, im Endeffekt ist alles relativ basic, ähm, vielleicht irgendwie, äh, ja, gut, äh, ja, wir können eigentlich nichts anderes nehmen, wir müssen halt Stonebricks nehmen, Holz will ich nicht nehmen, kann abfackeln und ansonsten Slaps ist zu, äh, nervig mit dem Platzieren. Ja, gut, dann nehmen wir halt die normalen Stonebricks, machste jetzt auch nichts, dann holen wir uns hiervon mal ein paar Stacks und dann ist gut. Hey, 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 schade, schade. Naja, gut, so, dann machen wir das mal. Genau, so, davon ist alles hier drin, sehr schön. Also, das Ding farmt weiterhin schön, sehr nice. Okay, dann bauen wir hier mal die Fläche ein, aus, bla, ihr wisst schon, genau. Und dann haben wir auch endlich mal einiges an Platz für alles mögliche, wie zum Beispiel eine Monsterfalle, äh, und halt weitere Sachen. Mal gucken, also erstmal hier schön natürlich ausbauen und dann sehen wir weiter. Natürlich braucht man jetzt auch genug Fackeln, äh, um das Ganze hier schön, äh, Monster freizuhalten. Jetzt, wo ich gerade sehe, hier wird schon wieder Nacht. Es ist gar keine so tolle Sache, äh, ich sollte vielleicht ein paar mehr Fackeln transmutieren. Gut, dass wir jetzt erstmal vergleichsweise viel EMC zur Verfügung haben, im Vergleich zu vorher halt. Ähm, da kann man das alles einmal investieren. So, hier, zack, zadack, dadack. Und dann kann man doch ein paar Fackeln machen. Äh, gut, dass ich eine aufgehoben habe. Sonst, ich habe jetzt schon wieder alle platziert, so. Ja, 45 passt. So, die eine behalten wir wieder hier. So, und dann fangen wir direkt mal an mit dem Ausleuchten. Damit hier auch safe nichts passiert, was Monster angeht. Hey. Ja, hier, hier so. Es wäre echt ärgerlich. Ähm, ansonsten, da ist alles safe, ne? Gut. Ach, guck mal, genau, das Schaf ist jetzt hier hingelaufen. Das andere wurde wahrscheinlich runtergeschubst. Haha. Äh, Mann, ey. Aber ich hoffe mal, die spawnen dann auch nochmal so random. Wenn sie es so schon geschafft haben, werden sie es auch nochmal schaffen. Also, von daher, kein Problem. Also, dann machen wir das Thema schnell alles voll. Das sollte ja relativ fix gehen. Auch nice, was ich gerade bemerkt habe. Ähm, Inventory Tweaks füllt ja wieder den Slot nach. Mit Steinen. Das heißt, ich muss gar nicht wechseln. Das ist eine ganz nette Sache. Also, gleich sehen wir es wieder, wenn das Deck leer ist. Äh, genau, da wurde es nachgefüllt. Sehr schön. So. Komm, die erste Hälfte haben wir auch schon fast. So, hier, düp, 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 Mann, ey, ja, hier, Speed klicken. Komm schon. Bams, 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 Bams. Oh, das war verklickt. So, äh, bauen wir das mal wieder ab. Wir brauchen auch mal wieder eine neue Spitzhacke, wa? Mhm. Da kümmern wir uns dann auch nochmal drum. Ah, echt krass. Also, stellt euch mal vor, das wäre Vanilla Skyblock. Wie ewig wir diese Steine alle hätten farmen müssen, ey. Und jetzt mit dem, äh, automatischen Blockbreaker und, äh, hier EMC und so weiter ist das alles richtig, richtig nice. Ähm, aber es brauchen wir ja auch, weil es gibt natürlich auch schwierigere Aufgaben damit zu bewältigen. So, bauen wir das Kurs wieder ab. Yeah, äh, ja, hier schön Fackeln setzen, dim, 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 damit auch nichts passiert. Später, ähm, können wir dann auch noch von Equivalent Exchange, ähm, spezielle Fackeln hier setzen, überall, die dann komplett Monster abhalten, wirklich als, äh, direkte Barriere. Das heißt, sie können, wenn sie außerhalb der Fackeln spawnen, können sie auch nicht in den Bereich der Fackeln laufen. Aber das kommt alles noch später noch. So, äh, das sollte doch jetzt alles relativ schnell noch zu Ende zu bringen sein. Düm, 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 nur noch die eine Lane hier. Dann sind wir durch. Düm, düm, düm. Komm schon. Ja, wir wollen uns nicht zu lange damit aufhalten, ist ja auch nicht gerade spannend. Ja. Einfach so Blöcke setzen. Und dann gucken wir mal, was, äh, was wir hier so alles hinbauen. Also auf jeden Fall eine Monsterfalle, aber die wird ja nicht die ganze Fläche ausfüllen. Das wird ja einfach nur ein Teil davon sein. Ist halt auch die Frage, werden wir die Monsterfalle zuerst machen oder werden wir uns mal in Richtung Technik wagen? Ich glaube, wir brauchen erstmal die Monsterfalle, um uns ein bisschen EMC, äh, mehr zu verschaffen, dadurch. Und ich denke, es ist eine ganz witzige Sache. So, ja, jetzt wird auch die Spitzhacke gleich kaputt gehen, denke ich mal. Habe ich es überhaupt an, dass ich nachgucken kann? Warte. Hier, nee, warte mal. Wie war das? Äh, F3 und H war es, ne? Oh, warte, jetzt habe ich Dings nicht so. Oh, nein, nochmal, F3 und H. Okay, gibt es das hier noch gar nicht, dass man sehen kann, wie lange die noch hält? Das kann natürlich sein, ich weiß es nicht. Mit solchen Sachen kenne ich mich dann überhaupt nicht aus, in diesen Versionen hier. Aber egal, passt schon. Sie halten auf jeden Fall nicht mehr lange, das ist safe. Ähm, aber für das bisschen sollte es noch reichen. Wir bauen jetzt eh gleich ein Neues. So, hier, damit sind wir hier auch fertig. Aha, lol, perfekt. Gereicht hat sogar. Nice. Nice, nice, nice. So. Äh, leuchten wir noch die letzten paar Fleckchen hier aus. Oh, das sollte eigentlich passen, oder? Ja, vielleicht da, wo das scharf ist, noch ein Ding hin. Bam's. Ah, passt, oder? Ja, so. Nice. Alles ist ausgeleuchtet. Sehr, sehr schön. So, hier auf dem Steg kann nichts spawnen. Hier eigentlich auch nicht. Wir setzen zur Sicherheit trotzdem nochmal was hin. Gut, gut. Ähm, dann hätten wir das soweit. Jetzt ist die Frage, ja, fangen wir an mit einer Monsterfalle, oder? Hier, warte mal, das können wir noch kurz abbauen. Ach ja, halt, Spitzhacke, genau, da war ja was. Und eine Melone ist wieder gewachsen. Nice. So, die werden wir wahrscheinlich nicht zum Essen benutzen, sondern eher auch zum EMC nebenbei umtauschen. Ähm, ja, aber das passt ja eigentlich so. Äh, hab ich überhaupt... Ah, ich hab gar keinen neuen Baum gesetzt. Ähm, kann man ja immer so nebenbei machen, obwohl wir es eigentlich gar nicht brauchen, weil man halt eigentlich alles mögliche mit EMC macht. Ähm... Ähm, was wollte ich genau? Sticks. Tü-tü-tü-tü. Dann machen wir direkt mal, äh, mehrere Spitzhacken, würde ich mal sagen. Ja, ne, so zwei Stück können sich schon mal sehen lassen. So, werden wir bestimmt noch brauchen. Okay. So. Da hätten wir das. Alter, und die Stacks sind auch alle, fast alle geworden, ey. So viel, wie wir dafür gebraucht haben. Krasser Shit. So, ähm... Ich könnte eigentlich mal so alles Röstliche hier reinpacken. Hier ist ja auch wieder wahrscheinlich einiges. Ja. Und, ähm, dann können wir nach und nach einiges an Eisen auch produzieren, um... Äh, ja, wir könnten eigentlich sinnvolle Sachen damit machen, aber ich will eigentlich, ähm, die Eisensäune noch machen hier zum... Abgrenzen. Genau, das war's. Äh, für die Inseln, damit wir hier nicht direkt runterfallen. Okay. Ja, ich weiß nicht, für die Brücke sollten wir vielleicht direkt eine Abgrenzung noch schaffen. Ähm, weil die ist ja dann doch ein bisschen unsicherer als alles andere. Dann nehmen wir zur Aushilfe einfach mal normale Zäune, oder? Äh, ist jetzt halt die Frage, Fens, wie, äh, Fens, wie viel EMC hast du? Zwölf, okay, dann haben wir so ungefähr den Maßstab. Vielleicht reicht da eine Fackel schon mit neun. Nein? Okay. Ähm, oh, jetzt ist hier Schein im Hintergrund. Oh, das könnte vielleicht ein bisschen laut sein in der Aufnahme. Ich hab auch gemerkt, es ist, ähm, die Musik ist dann nach dem Schneiden irgendwie lauter, obwohl ich nichts verändere, ähm, als wie ich sie persönlich höre. Ist ein bisschen komisch. Äh, aber passt an sich dann trotzdem alles noch im Endeffekt. So, äh, wobei war ich? Zaun, genau. Ich wollte irgendwas mit zwölf EMC finden. Äh, äh, was hat denn zwölf EMC? Ha, zwölf, ja. Achso, übrigens, genau. Hier, Meta. Es ist auf Meta gelockt. Deswegen ging das mit der Kohle auch nicht, was ich vor einigen Folgen mal festgestellt hatte. Weil Kohle und zum Beispiel auch Redstone, ähm, sind Fuel und nicht Meta. Deswegen, da zählt das hier. Ich kann nur Meta umwandeln hier gerade. Und, äh, also es ist auf Meta gelockt und nicht auf Fuel. So, ähm, aber dazu dann später mehr, wenn wir es auch brauchen. Oh, wir haben ja noch schon Nicolit, cool. Ähm, das habe ich gesehen für andere Sachen, aber die brauchen wir auch jetzt noch nicht. Hey, ja, okay, ähm, ich könnte jetzt, ja, okay. Bevor ich jetzt noch ewig suche, mache ich einfach direkt, äh, so, einen, äh, richtigen Zaun, damit ich den transmutieren kann. Ah, das ist ja hier auch noch das alte Rezept. Genau, hier mit den normalen Sticks einfach nur. Och, ja, das ist schön. So, ich kann mal hier einiges anzäunen. Oh, was gibt es denn hier noch alles? Ja, sinnlose Sachen. Cobweb, ha, das ist auch vielleicht ganz interessant. So, dann machen wir hier raus ein bisschen was. Ja, das kommt wieder weg. So, einen sollten wir uns eventuell aufbehalten für, äh, äh, hier den Gens. Ihr wisst schon, genauso wie immer. So, dann machen wir hier einmal schon mal ein bisschen eine Absicherung, damit hier nichts passiert. So, aber später benutzt man dann auf jeden Fall den, äh, Eisenzaun dafür. Ähm, der natürlich besser ist als normale Eisengitter, weil, äh, man halt nicht drüber springen kann, ne? Fuck. Das reicht nicht. Warte mal. Zwei fehlen. Hm. Ja, dann, äh, ja. Hier. Für zwei reicht's auch noch. Das ist doch perfekt. So, dann tun wir das hier wieder rein. Äh, ja, genau. Rein. So. Dübdüb. Dann hätten wir das. So. Hier ist wieder eine Melone gewachsen. Sehr schön. Dübdübdübdüb. Ah, da kommt immer schön viel raus hier. Finde ich nice. Äh, haben wir hier eine Melone abgesichert? Ne. Oh. Wir können die anderen mal hier schön reinwerfen. Bams. Haben wir wieder ein bisschen EMC. Passt. Gut. Dann, äh, würde ich mal sagen, kommt auf die Plattform ne Monsterfalle. Ist halt nur, ja, gut. Wir brauchen EMC. Wir brauchen halt echt EMC. Oder wollen wir erst ne andere Methode eventuell? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Weil ne Monsterfalle so zu bauen ist natürlich schon ein bisschen heftig. Ähm. So ohne Jetpack, was man ja theoretisch hier haben könnte. Hm. Ah ja, wird schon passen. Aber wenn, dann machen wir es auch direkt gleich hübsch. Ähm. Ja. Obwohl, das könnte ich dann wieder mit, äh, mit Marble machen, ne? An sich, so. Why not, ne? Dann kann man das auch mit Clean Marble machen, nicht mit den Bricks. Dann haben wir ein bisschen, äh, äh, Diversität. Oder wie auch immer man es nennt. Ähm. Ja, das wird nicht reichen. Da werden wir nochmal einen Stack, zwei Stacks machen, so. Ja, dann ist auch schon wieder alles weg, lol. Okay, äh, so, da ist noch was gestort. Okay, dann könnten wir damit schon mal loslegen. Ich weiß halt, ich glaub, ich will's nicht mittig machen. Ich will's an einer Ecke machen. Ähm. Ähm, aber so, dass man auf jeden Fall noch drum rum gehen kann. Ähm. Am besten hier so, oder? Ja. Genau, ähm. Stellen wir mal die Fackel ein bisschen weg davon. Damit sie uns nicht so im Weg steht. Ähm. Ähm, quasi, dass die Mobs hier runterfallen. Und dann kann man sie ja hier so, blub, 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 und dann kann man die später noch automatisch töten lassen und so weiter und so fort. Dann hätten wir hier so eine Art Vorrichtung dafür. Das wär hier nicht symmetrisch. Warte mal. Sollte ja schon, wenn's hier zwei Abstand ist, dann sollte hier auch zwei Abstand sein. Ähm. Genau, dann machen wir das so. So, blub, blub, blub. Ja. Wow, okay, stimmt. Ich muss jetzt eh hier die Umrandung. Ne, warte, muss ich gar nicht. Ich muss einfach nur ein Dingensichtdings da bauen. So, bäms. So. Das kann ja erstmal offen... Ach, ne, das kann nicht offen bleiben für Spinnen. Scheiße. Ha. Naja. Erstmal hier ein bisschen, äh, Dingens. So. Das wollen wir ja. So, schön. So. Und dann hier immer die Abgrenzung, damit keine Spinnen durchkommen. Aber ich mein, noch brauchen wir das ja gar nicht. Aber später auf jeden Fall. So, die Ecken können wir da weg. Die sind dann nur verschwendet. Äh, blub, blub, blub. Und dann bauen wir uns mal ein kleines Gerüst, dass wir... Oder eigentlich reicht eine Leiter, oder? An sich sollte eine Leiter reichen. Die kann man dann auch direkt hier hinpacken. Äh, dann sollten wir uns vielleicht mal direkt ein bisschen Leitern craften. Beziehungsweise transmutieren. Damit wir die parat haben. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie viel EMC. Ja, wir müssen uns erstmal wieder normal welche craften. Ich hab noch Holz drin. Okay, gut. Dann ist ja das gar kein Problem. Sechs Stück. Wir brauchen aber sieben. So, so, so. 14 EMC, okay. So, dann holen wir hier nochmal ein bisschen die Steine raus. Dip, dip, dip. Und packen die hier rein, damit wir uns da Leitern transmutieren können. Da ist immer gerade genug so, äh, dafür da, dass wir uns ein bisschen was holen können, ne? So. Neun. Neun. Wow. Neun. Wie war das überhaupt mit der Höhe? Das ist eine gute Frage. Also, ähm, naja, ich glaub 20, paar und 20 irgendwie sowas. Damit die Mobs gerade so nicht sterben, obwohl eine Experience Farm brauchen wir erstmal gar nicht. Ähm, das kann man ja dann sehen. Gut, wir bauen erstmal ein bisschen hoch. Das wären dann hier drei. Drei, so, ähm, dup, 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 vier, fünf. So, jajaja, das wird jetzt ein bisschen langweilig. Wieder ein bisschen einfach hochbauen. Sieben. Immer schön mitzählen. So. Neun. Und dann, äh, ja, was könnten wir nebenbei so? Ich überlege mal nebenbei, was wir noch so machen könnten. Also, ein bisschen in Richtung, äh, Technik wäre ja vielleicht ganz geil. Ähm, aber. Ehe wir mit Technik anfangen, brauchen wir halt auch wieder ordentlich EMC. Das ist halt so das Problem. So, jetzt sind wir bei 13 mittlerweile. Ja, doch, 13. Ähm. Ist halt so die Frage. Warte mal, ich sollte vielleicht gar nicht viel höher bauen, weil dann komm ich mit der Leiter nicht mehr. Ja. Ich versuch mal hier schön, puh, an die Leiter dran zu springen. Dup, 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 dup. Genau, das waren jetzt, äh, zwölf Leitern, genau. Ich glaub, es waren zwölf Leitern. Und dann, ne, 13, 14, hä? Ach, egal. Ähm. Ich zähl's dann nochmal von der Höhe ab. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall mehr Leitern, damit wir da auch immer schön hochkommen. Äh, ja, jetzt, es geht zwar schnell genug hier, aber es könnte auch schon gern noch ein bisschen schneller gehen. Mit der Transmutation, äh, nicht mit der, äh, mit der Kabistone-Farm, genau. Im Grunde könnte ich auch doppelt so viel machen, aber, äh, das braucht man nicht. Es ist ja nur eine Übergangslösung. Für später ist es ja dann eh, da haben wir viel sinnvollere Methoden. Ähm, oh, ich bin auch schon wieder über der Folgenzeit, Mensch, ich verpasse es immer wieder. Gut, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge geht's weiter, äh, wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Wenn nicht, dann nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.